Ja, hey, ich bin der Steffen und ich habe 2010 mit Musikdesign angefangen, im ersten Jahrgang, den es damals gab, und bin jetzt gerade auf dem Weg ins Praxissemester. Ja, seit vielen Jahren wollte ich unbedingt mal nach Kalifornien allgemein oder speziell nach Los Angeles einfach mal ein bisschen andere Luft schnuppern. Und dann hat sich das eben ziemlich gut angeboten, weil es hier ein tolles Partnerschaftsprogramm gibt zwischen der Hochschule hier und einigen Hochschulen drüben eben. Und ja, dann habe ich das einfach mal in Angriff genommen, habe das Auslandsjahr in Los Angeles oder bei Los Angeles gemacht, bei der California State University in Northridge. Und ja, habe mich da hauptsächlich nochmal im Bereich Filmmusik orientiert und eben hauptsächlich Kurse in dem Bereich belegt. Und ja, war eine gute Erfahrung, war eine gute Zeit. Das Interesse für Filmmusik hatte ich eigentlich von jeher, also gleichbedeutend mit Film an sich, was mich eigentlich immer interessiert hat, wo ich auch ursprünglich vor dem Studium hin wollte. Von daher habe ich immer versucht, das so ein bisschen zweigleisig zu fahren oder es irgendwie kombinieren zu können. Und habe im Studium, wenn es dann auch sich angeboten hat, mit Kurzfilmprojekten oder so, habe ich das auf jeden Fall gerne gemacht. Ja, der Unterschied zu hier ist dort natürlich ganz klar, dass die Filmindustrie direkt, man sitzt quasi direkt mittendrin. Und ich habe das auch ziemlich schnell gemerkt, dass die ganzen Professoren, die ich hatte, mindestens mit einem Fuß auch selber in der Industrie stehen und selber dort tätig sind. Und dadurch eben verdammt viel von ihren eigenen Erfahrungen einbringen konnten. Das war natürlich super und sie haben damit auch nicht wirklich gespart. Also das fand ich sehr, ja, sehr gewinnbringend. Den Umgang mit den Professoren habe ich wirklich als sehr freundlich und kompetent wahrgenommen. Das waren sie wirklich auch sehr leidenschaftlich ihrem jeweiligen Fachbereich gegenüber. Und ja, zum Beispiel der Filmmusikprofessor, der hatte einfach sehr viel, was er uns auch aus seinem alltäglichen Berufsleben beibringen konnte. Und teilweise Details, die einfach wichtig waren, die man wissen musste. Generell hatte ich mit Gruppenprojekten eigentlich gar keine Erfahrung gemacht dort. Also es war wirklich im größten, zum größten Teil war es so, dass die Projekte pro Person waren. Die Kurse, die ich belegt habe, waren hauptsächlich im Bereich Filmmusikkomposition und Arrangement. Das heißt, das sind Tätigkeiten, die man auch nachher im Beruf eigentlich erst mal in alleinstehender Position aussieht. Man hat dann natürlich bei größeren Projekten kann man auch Assistenten haben oder halt in Gruppen arbeiten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht mit einer Filmklasse, die einen Kurzfilm produziert, dann hat man wirklich mehrere Positionen. Da steht einer an der Kamera, einer schneidet, einer führt Regie, einer setzt das Licht. Das ist dann wirklich eine eindeutige Kollaboration, wobei der Filmmusiker eigentlich als Komponist zumindest immer ein Alleinstehender ist, erst mal. Die Projekte, die wir gekriegt haben, waren eigentlich schon größtenteils bereits Arbeiten mit bereits vorhandenem Material. Das heißt, wir haben kurze Filmclips bekommen von bereits bestehenden Filmen wie zum Beispiel Hellboy 2 oder Spider-Man. Und hatten dann eben Szenen, die sich immer für irgendein bestimmtes Thema angeboten haben. Sei es jetzt eine kurze Filmmusik in einem bestimmten Genre wie Action oder Komödie oder Drama. Das war teilweise eine Aufgabe, das zu machen. Oder ein kurzes Stück in einem Stil eines bekannten Filmkomponisten wie John Williams oder Danny Elfman oder Jerry Goldsmith, die wir dann quasi nachahmen mussten. Davor hatten wir ein paar Stunden Zeit, um zu lernen, was den jeweiligen Komponisten einfach ausmacht. Und dann genau das in unsere eigenen Stücke einfach einzuarbeiten. Es gab eben dadurch, dass viele von den Professoren viel auch mit der Industrie dort zu tun hatten und gute Kontakte hatten teilweise auch, hatte sich angeboten, dass ich zum Beispiel im zweiten Semester dort eine Klasse belegt habe. Oder die hat als Klasse funktioniert und galt wie ein Teilzeit-Internship. Und da bin ich eben dann auch weitervermittelt worden an den Reinhold Heil, der dann auch zu allem Zufall noch Deutscher war, aber auch schon seit, ich glaube, 17 Jahren oder so jetzt schon in Los Angeles fest arbeitet. Und da habe ich eben das zweite Semester Teilzeit bei ihm gearbeitet, zwei Tage die Woche. Und habe da auch eben erste Erfahrungen direkt an realen Projekten dort sammeln können. Die erste Aufgabe, die ich für ihn hatte und auch die meiste Zeit hatte, war Musikinstrumente, virtuelle Musikinstrumente in Native Instruments Contact zu basteln. Also ich habe quasi, er hatte einen riesen Pool an Samples und alten Aufnahmen, die er hatte von Orchesteraufnahmen oder auch eigenen Aufnahmen oder auch elektronischen Aufnahmen. Und die wollte er in Form von Kontaktinstrumenten spielbar gemacht haben. Und das war sozusagen meine Aufgabe. Ich habe dann gelernt, wie ich in Kontakt Instrumente aufbaue, wie ich sie auf die Tasten lege, dass sie spielbar sind. Dass sie auch im Surround-Sound spielbar sind. Und ja, da habe ich auch viel Erfahrung damit gesammelt. Es war interessant. Ja, dann gibt es eben meistens eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt wirklich komplett auf sich selbst gestellt an, als Komponist zu arbeiten, versucht sich so viel wie möglich Kontakte aufzubauen, sich ein festes Netzwerk aufzubauen, auf das man zurückgreifen kann. Weil das ist wirklich der einzige Grund, warum bei einem dann irgendwann mal das Telefon klingelt oder nicht. Indem man sich die Kontakte erst mal sucht und dann auch warm hält und die Kontakte aktiv hält. Oder man fängt bei einem etablierten Komponisten als Assistent an. Und da gibt es auch einige, die daran glauben, dass es ein guter Weg ist. Quasi die alte Schule Schüler-Mentor. Dass man quasi vom erfahrenen Komponisten das Handwerk erlernt und ihn dadurch unterstützt. Und dann eben sich dadurch was aufbaut. Natürlich dann auch wieder Kontakte knüpfen kann, neue Leute kennenlernt. Und dann irgendwann selber so weit ist, sich auf eigenen Füßen zu bewegen. Ja, es war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und es war auch ziemlich viel Zufall dabei, dass es zeitlich so gut geklappt hat. Es war am Ende des zweiten Semesters, eigentlich direkt vor Ende des zweiten Semesters, als mein Filmmusikprofessor irgendwie Wind davon bekommen hat, dass Lorne Barth, einer von den Hauptleuten bei Remote Control, einen Assistenten gesucht hat. Remote Control ist die Firma von Hans Zimmer. Also quasi dieser ganze große Firmenkomplex. Es sind ja mittlerweile mehrere kleine Firmen, die da im selben Haus untergebracht sind. Und es sind auch sehr viele andere Komponisten mit eingebunden, die teilweise in Kooperation mit ihm arbeiten, teilweise aber auch selber an Projekten arbeiten. Aber eben alle zu diesem größeren, es ist wie eine Gemeinschaft an Komponisten dazugehören und eben in diesem Verbund arbeiten. Mein Professor hat dann, ich nehme an, einige von seinen Studenten die Namen weitergeleitet, per Mail an seine Assistentin. Und dann habe ich mich eben mit ihm getroffen, ein bisschen geredet über den Job, was er für einen Assistenten sucht, was ihm wichtig ist, auf was es ihm ankommt. Und dann habe ich eine Cue gekriegt, also ein kurzes Stück oder fiel mir eine Skizze davon, nur mit ein paar Spuren, sehr marginal, sehr wenig. Und die Aufgabe war, mehrere andere Instrumente hinzuzufügen, also das quasi auszuproduzieren, damit es voll und amtlich klingt, also wie das Stück nachher fertig klingen sollte. Das war die Aufgabe. Und ich habe das eben versucht, mit den Mitteln, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt hatte, so gut wie möglich zu machen. Habe ihm das dann zurückgeschickt, dann kam eine Mail zurück. Jetzt mach bitte die Version, wie ein verrückter Remix davon klingen würde. Dann denkt man sich erstmal, okay, wie mache ich das jetzt? Habe dann mir irgendwie was überlegt, ihm das wieder zurückgeschickt. Dann sind weitere Treffen gefolgt. Dann sind weitere Treffen gefolgt. Ich war dann effektiv gute zwei Wochen bei ihm im Studio, von früh bis spät meistens. Habe einfach nur nebendran gesessen, allem zugehört und zugeguckt, was sie so gemacht haben, entweder ihm oder seinem Assistenten. War auch ziemlich beeindruckend, weil die verdammt schnell arbeiten. Und verdammt effektiv, sehr gut durchstrukturiert. Also es läuft wie ein Uhrwerk. Ja, und dann ging es irgendwann weiter, dass ich dann tatsächlich weitere dieser Klangskizzen, die Lorne vorher schreibt und eben aufs Nötigste begrenzt, die dann ausfülle mit weiteren Instrumenten. Man kann es verstehen wie ein digitales Orchestrieren vom Stück. Es gibt Streicher und dann gibt es da mal eine Hornlinie oder sowas. Und dann füge ich eben alle möglichen, als mögliches Schlagwerk, Synthesizer und wirklich durch die Bank alle möglichen anderen Instrumente, die halt gerade zum Stück passen, füge ich hinzu und produziere das dann so. Ich bin jetzt im Moment, die Stelle, um die es geht, wäre einfach nur ein weiterer Studioassistent, wo ich jetzt eben noch in der Probezeit bin, jetzt erstmal für drei weitere Monate nochmal zurückkomme dort, dann herausfinde, ob es für mich weitergehen kann oder nicht. Und dann wird sich zeigen, ja, was weiter passiert. Es wird dann wohl auf jeden Fall für mich in der Richtung weitergehen, weiter zu produzieren. Und ja, wahrscheinlich auch noch einiges zu schreiben irgendwann. Ja, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort hat sich in dem Fall jetzt wirklich mal bewahrheitet, was ich auch, das hätte ich am Anfang natürlich auch niemals gedacht, dass es jetzt irgendwie in der Form klappen könnte. Und man macht sich dann natürlich schon Gedanken, wie weit will man in die Richtung jetzt weitergehen. Das ist natürlich eine Riesenchance, absolut, die man dann auch wahrnehmen möchte. Und man wäre blöd, wenn man es nicht macht. Aber es ist auf jeden Fall, ich will das auf jeden Fall halt als Erfahrung einfach mitnehmen, so gut wie es geht und vielleicht so lang wie es geht, wer weiß. Einfach so viel wie möglich lernen, so viel wie möglich davon mitnehmen. Und dann wird es irgendwie schon gut klappen.